Marjan, guten Tag! Ich werde dich herausfordern, Marjan. Ich bin Boxer, ich werde dich herausfordern. Ich werde dich herausfordern. Ich werde dich herausfordern. Ich werde dich herausfordern. Du bist ein Schuss, ein Schuss. Ich werde dich alles mitbringen. Oh, Marjan sind alle fit. Wir sind alle fit. Marianne gegen Rudi. Marianne Becker gegen Rudi Kolesar. Aber zuerst jetzt mal ein Kilo Keks von Petrlin. Ja, ja. Wolle wollen wir Mauslele? Hallo? Marianne. Der Feind des Jahres. Wir haben noch in Schwartung. Wir haben noch in Schwartung. Wir haben noch in Schwartung. Ja, ja, ja. Marianne. Feiter, Boxer, Legende. Wo ist er? Ja, ja. Legende hat schon mal Ruhe. Das ist der, wo wir mit dem Feiten reden. Rudi, du weißt nicht, dass du schon. Komm, Marianne. Mit, was? Rudi, bei Marianne. Marianne, jetzt beim Trainieren. Ja, ich trainiere. Ja, ich mach auch bei einem Salzstange. Wo gehe ich? Ja, ja. Haha.